Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir ein bisschen im Schnellvorlauf hier alles vorbereitet. Und genau, wir waren bei dem Wasserproblem. Aber da werden wir auch noch eine Lösung für. Oder haben wir es schon gelöst? Ah ja genau, wir wollten schauen, ob es reicht, wenn wir hier die... Warum ist das hier so komisch? Aber wenn es hier reicht, wenn hier die Wasserpumpe sozusagen den Rest des Flusses ausschöpft, rein theoretisch würde es sich da bewegen. Wir haben unsere Kaffernbüffel jetzt ins Gehege geräumt. Das Männchen, das Weibchen. Jetzt pass auf, jetzt brauchen wir mich sicher davon... Es war so klar, dass zwei nicht reichen in dem Fall. So, aber wir wollen die Pflanzenart wissen. Umgebung, Afrika, Graslandschaft. Dann werden wir jetzt auch mal für Natur die afrikanische... Ne, warte mal, erstmal müssen wir eigentlich das für den Boden machen, weil es ist viel zu viel Gras lang da ab. Das bedeutet Gelände. Haben wir Sanderlaubnis? Sanderlaubnis haben wir perfekt. Dann nehmen wir jetzt den Sand. Und setzen den alles hier so ans Gehege. Hier ist eine Beachlandschaft. Und eigentlich so um den kompletten See rum. Darfst du es auch nicht übertreiben, das ist das Problem. So. So. Dann zu wenig Erde. Setzen wir doch das... Wo setzt man das hier? Erde leicht. So ganz vorsichtig. Das ist unser erdiges Gebiet. Das braucht sogar richtige Mengen. Machen wir hier auch nochmal so eine erdige Landschaft hin. So. Und dann ganz viel Gras kurz zu verteilen. Da muss er sich jede Menge. Davon muss erstmal ordentlich hier hin. Zum Beispiel die Landschaft hier drüben muss... Ordentlich das Gras gekürzt werden. Die Fläche reicht ordentlich. Wir haben 450 Quadratmeter gebraucht und haben 62.000 Quadratmeter. Das sollte ja reichen. Und jetzt gehen wir auf Alt-Natura-Afrika-Graslandschaft. Kontinent-Afrika-Biom-Graslandschaft. So. Dann können wir ja hier zum Beispiel so ein bisschen baumiges Gebiet machen, oder? Das müsste ja reichen. Aber hier Umgebung, Leben, Umgebung. Dürfen aber auch nicht zu viel Pflanzen sein wiederum. Sind das so die Wasserbäume? Nee, sind es nicht. Oder? Nee. Gibt es die Wasserbäume hier? Oder eher weniger? Schaut eher schlecht aus. Aber man kann hier überall... schon mal ein paar von Dienstagfühlen stellen. Ich hätte gerne so hier ein bisschen gewaldet. Hier kommen die verschiedensten Bäume. dazwischen ran. So ein paar Palmen. Ich glaube, den Baum habe ich Obstseller. Den muss ich nochmal bewegen. Ja, gleich. Weil der Baum schwebt. Das geht nicht. So. Natur. Wie wär's denn? Ein Elefantenbaum. Oh ja, so ein paar größere. Dazwischen noch. Ist eher so das bewaldete. Oh scheiße, ich muss ja gucken. Oh, warte mal. Wenn ich nicht weiß, wie viel ich machen darf noch, dann ist das ein bisschen problematisch. Ah, drei Prozent habe ich erst. Ah, wo setzt man denn den Fetten hin? Hier sind die Mitte, oder? Ein paar Verteilter. Ein paar Sträucher. Ich mache das immer so ein bisschen einfach so. Locker aus der Hand. Nicht wirklich drüber nachdenken, wo ich es hinsetze. Einfach machen. Weil dann schaut es natürlicher aus. Wenn ich dann überall planen würde, wo ich was hinsetze, dann wäre das wie so eine Stadt in Amerika, die sehr stark gevielteilt ist. Aber jetzt ist noch ein bisschen stärker problematisch. Aber hier habe ich doch irgendwo. Das ist jetzt so das Pflanze, was sich so ein bisschen lang wächst. So eine dicht bewaldete Außenstelle sein. Ganz easy. Und ein paar so Büschchen. Dann nehmen wir noch ein paar vereinzelte Büsche. Vielleicht ein paar Besträucher auch. Ne, dieses Fahnen, das geht eher weniger. Ein bisschen sowas noch ein paar Brennnesseln verteilt. Dann macht es doch schon ordentlich was her. Hier so vielleicht so ein paar Papyrus, so ein paar Einzelne, die auf der Erdfläche wachsen. Das Überbleibsel sozusagen. Hier sogar noch ein bisschen härter. Und noch zwischendurch eins der Büschchen, so. Und gut eingerichtet ist das Gebiet. Das geht ganz, ganz easy. Aber schaut euch das Teil an. Das macht schon was her, ne? Das brauchen wir nur noch, äh, ein Kafferbüffel, ne? Ein Kafferbüffelweichen wäre jetzt noch ganz praktisch. Filtern nach Kafferbüffeln. Kafferbüffeln, da haben wir es doch. Ne, sind doch gar keine Kafferbüffel, oder? Weissschwanzgenug, ups. Weissschwanzgenug, da haben wir es doch. Weifchen, Weifchen, äh, zwei Weifchen. Nehmen wir mal gleich beide. Dann ist die Variation ein bisschen höher. Wartet im Handelszentrum. An Zoo senden. Hier hin. Perfekt. So. Dann können wir nochmal im Supedia schauen. Mit welchen Tieren die Netzgiraffen? Thompson's... Habe ich davon was vielleicht? Thompson's, Gazellen, Springbock, Steppenzebras könnte ich hier reinsiedeln. Dann siedeln wir das komplette Steppenzebragehege um. Alle Tiere, die hier drin sind, Tiere, alle, verlegen und zwar ins neue Riesengehege. Versand ist geplant. Gut. Dann lassen wir doch mal die Zeit laufen. Dann können wir die Gehege hier für andere Tiere nutzen. Bloß ich will ein bisschen anderen Look herkriegen noch. Wenn wir das hinkriegen werden, wird das natürlich sehr praktisch. Also dann hier. Nicht genügend Häuser für Tierpfleger. Vielleicht sollte man dann hier auch noch eine dementsprechende Position ansetzen. Einrichtungen. Afrikanischer eher angehaucht oder irgendwas Modernes. Tierarztpraxis. Quarantänebereich. Großer Quarantänebereich. Tierpflegerhütte groß. Dann tun wir noch einen Quarantänebereichen. Aber einen kleinen. Ich denke, das sollte reichen. Und noch einen kranken. Der eine Tierarztpraxis. Neue Welt. Und dann tun wir jetzt hier die Straße noch verlängern. Wege. Mitarbeiterwege. Vier Meter. Ist ein bisschen gewackelt jetzt der Weg, aber echt wurscht. So. Nuala beginnt schon wieder in so... Oh, Spielzeuge müssen wir auch noch verteilen, ne? So, die sind noch nicht so wirklich happy. Spielpause, weil es fehlt noch Spielzeug auch. Erbgutgröße. Ne, haben wir nicht. Mehr Sozialverhalten. Das wird sich alles noch ändern. Lebensqualität. Rückzugsort. Stabiler Rückzug. 100% gegeben. Jetzt sind wir noch so Einrichtungen. Ne, Gehege fällt das, ne? Und Gehege. Oh, und Affen werden auch mal. Tierkletterer haben. Da haben wir alles Mögliche hier. Aber ich hätte gerne Schlafmöglichkeiten. Extra große. Dann haben wir nicht genug Platz auf jeden Fall auch. So, dann haben wir nicht genug Platz auf jeden Fall auch. Mitarbeiterraum groß. Ausgestattet sind wir auf jeden Fall. Was kommt da? Das eine noch. Da kommen noch ein paar. Da kommen jetzt wahrscheinlich auch die ersten Zebra schon. Einrichtung? So, jetzt wäre ich denn. Tierpflegerhütte. Ja, das habe ich ja schon ein paar große noch gebaut. Das kommt ja alles. Und dann die Tierpflegerhütte hier noch schnell. Einrichtung. Tierpflegerhütte modern. Wo ist sie denn? Auch die moderne Tierpflegerhütte. Tierpflegerhütte hier. Das ist das erste Zebra auch. Ne, es sind mehrere Zebras. Warte mal. Da sind mehrere Füße. Da kommt noch eins. Bewegt euch. Ich dachte, ihr versteht euch mit den Jungs. Da, da bewegen euch die ersten auch. Bewegen. Kommt schon. Los. Los, Freunde. Ja, die Wildnis wartet auf euch. Was ist das cool? Das ist schon... Wow. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ich habe denen keine Überwege gebaut. Ja. Ah, ne. Die kommen ja eh außenrum. Na, sonst müssen sie halt ein bisschen schwimmen. Schau. Oh, so süß. Ich hätte vielleicht ein bisschen die Hänge nicht so steil machen dürfen. Aber schau, wie sie laufen. Da müsste noch eins gerade angekommen sein. Ja. Und es läuft zur Herde. Es läuft. Das ist vielleicht auch schwanger, oder? Schwanger, bist du schwanger? Meld dich mal kurz, weil wir warten mal, bist du schwanger? Hoch. Du hast nicht so einen dicken Bauch, oder ist das... Na, schau mal. Lebensqualität ist sehr niedrig. Lebensqualität. Ja, Beschäftigung brauchen wir viel noch. Gehege. Vor allem können wir uns so besser um halt diese Lebensqualität zum Beispiel kümmern. Schauen wir mal. Wir brauchen für Art... Weiß. Wo ist es denn? Weiß. Ah, ist es hier wieder... Weißschwanz, Gnu, Zebra... Steppenzebra wahrscheinlich unter, oder? Steppenzebra, ja. So. Dann müssen wir jetzt hier zum Beispiel mal... Das Fahrt haben wir jetzt aber so am Rande. Ein großer Fußball zum Beispiel noch. Das taugt dir nicht mal. Hups. Das tut volles. Das Reibeteil... Reibesolle fällt auch da unten drunter, aber das ist auch so eher so... Mäh. Futterspenderball. So. Greifball, großer Schneeball. Mit Kräutermixturen. Das macht denn gar nichts. Bonus für andere Arten 20. Haben wir da nicht genug auf Vorschläge? Ist irgendwas falsch? Aber es scheint zu wirken. Jetzt sitzt das alles positiv. Ah, ist das schön. Schaut euch das an. Sie verstehen sich. Sie laufen rum. Wir sind noch viel... Ah, falls wir das auch noch machen könnten. Ding. Wir haben ja noch nicht genug Essenspunkte eigentlich, oder? Die verteilen wir mal hier so ein bisschen drum. Hier zieht auch noch einen hin. Ein Wasserdruck kommt hier noch an die Ecke zum Beispiel. Und hier hin. Nee, und wir tun noch einen rein. Dass auch wenn sie mal drin bleiben wollen, weil es zum Beispiel zu kalt ist... Oh, scheiße. Und das müssen wir uns auch noch kümmern. Fällt mir gerade so ein. Wenn es zu kalt wird, müssen die hier drin auf jeden Fall warm haben. Das sind auch die Ersten, die sich schon jetzt anschauen. Kann ich mir gut verstehen. Das kann ich echt gut verstehen. Trampeltiere. Trampeltiere. Jungs. Ruhe. Wo sind sie denn? Wer ist der Beste von euch im Zustand hier? Alpha, der Alte. Trotzdem wird es reingelassen. 139. Aber Leute, das war es für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert ihn, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.